Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kichas Offenbach, Regionalliga Südwest, 2022-2023. Fünfter Spieltag, SGV Frenzberg gegen Kichas Offenbach, Ergebnis 2 zu 2. Stadt 11, SGV Frenzberg, Heimann, Radra, Feketik, Koch, Tremann, Mistel, Rätesig, Kaki, Tralkamans, Jokins, Stülker, Stadt 11, Kichas Offenbach, Engel, Friedrin Bach, Sintinski, Markus, Jupp Heck, Stavik, Treffinger, Karia, Vaner, Lemer, Hachemais, das war's von SGV Frenzberg gegen Kichas Offenbach, 23.47. 7.47.